Hallo meine lieben Silikons und herzlich willkommen zu der Auslosung von meinem Gewinnspiel. Ne gut, das war nicht richtig ein Gewinnspiel. Aber egal, trotzdem losen wir jetzt mal aus. Also ich habe schon den Link kopiert und ich bin gespannt. Warte, hier hat man sich ja drauf, oder? Okay. Okay, also die erste Gewinnerin ist Caro Klump. Sie hat geschrieben, ich würde gerne, weil ich deine Videos liebe und deine Livestreams auch und weil ich gerne Fragen für dich beantworten würde. Und du meine Lieblings-YouTuberin bist. Ähm, ja, also du bist, also hast gewonnen und musst dich dann irgendwie bei mir melden. Also, ich mache am besten hinten dran nochmal ein Tutorial, wie ihr mir eine Nachricht schreiben könnt. Dann müssen die Gewinner sich dann halt bei mir melden und mir irgendeine Zeit sagen oder so. So, und die zweite Gewinnerin ist, oder Gewinner. Warum lädt das jetzt so lang? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Keine Ahnung. Da ist... Das ist der meistgelikete Kommentar. Oh. Warte, ich lade vielleicht die Website einfach nochmal, oder? Ja, wäre glaube ich gut. Oh Gott, chaotisches Video. Da drauf. Da. Okay, also machen wir nochmal. Und die zweite Gewinnerin ist... Nicht du. Ähm, Pixie Elf. Ähm, warum möchte ich Chat-Moderator werden? Also seit ca. zwei Wochen verfolge ich dich und ich muss sagen, ich bewundere deine Videos. Da ich es liebe, mit Leuten zu kommunizieren, würde ich gerne Chat-Moderatorin werden. Moderatorin werden, da ich auch einen eigenen Kanal habe. Ne, Kanal. Denke, dass ich das sehr gut meistern werde. Oder eventuell sieht man sich an Starstabler, liebe Grüße, Pixie Elf. Ja. Genau. Ähm. Ähm, ihr beide müsst, äh, ihr beide müsst, äh, euch jetzt halt melden, ihr müsst mir eine Nachricht schicken. Ich versuche das jetzt einfach mal nochmal zu erklären. Also, bis gleich. So, also, äh, wir haben uns jetzt mal auf einem anderen Account angemeldet, damit ihr euch das demonstrieren können. Und zwar müsst ihr dann auf meinen Kanal gehen. Also wir zeigen das jetzt am PC. Am Handy ist es, glaube ich, genauso. Also, dann müsst ihr auf Kanal-Info und dann steht ihr Nachricht senden und dann müsst ihr, ihr müsst euch übrigens mit eurem Account melden. Also Carolina mit Carolinas Account und Pixie Self mit ihrem Account. Und dann müsst ihr halt schreiben, wann ihr Zeit habt oder so. Ja. Ja, das war's. Warte, wann müsst ihr euch melden? Ihr müsst bis zum 35.07.2017 müsst ihr euch bei mir melden. Nur so, es gibt kein 35.07. Okay. Erster Fail. Äh, dann machen wir... Am 4.07.2017. Okay. Dann müsst ihr euch in... Also, am 4.07.2017 bei mir melden und... 4.08. 4.08.2017. Und wenn ihr euch bis dahin nicht gemeldet habt, beziehungsweise, also, wenn eine Person sich nicht gemeldet hat, dann werden wir noch eine auslosen. Und wenn sich beide nicht gemeldet haben, werden wir nochmal zwei auslosen. Also, es wäre besser, wenn ihr euch beide meldet. Und ja, schreibt dann euren Video-Wunsch, was ihr mit mir aufnehmen wollt und ob ihr Skype habt und wann ihr Zeit habt. Ja. Ja, das war's. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.